moin moin youtube und willkommen zu einem kleinen kanal update wie gesagt bei 50 abonnenten gibt es hier fünf stunden leistigen und ich habe ja gesagt falls neue spiele dazu kommen sage ich bescheid und es sind jetzt ein paar dazu gekommen da ich jetzt mein online ding eingelöst hat ja fangen wir an wir haben bloodborne destiny 1 2 doom als demo hitman fortnite ghost und hell da was hatte ich ja schon mal erwähnt das just thing auch dann haben wir kitchen lego der mensch was hatte ich auch schon erwähnt wir haben mafia 3 marvel vs capcom infinite demo das mafia ist auch ganzes spiel dann haben wir metro 2033 relax ist auch vollständig das mona schaden und minecraft hatte ich auch schon erwähnt und wir haben dann noch metro last light relax ist auch vollständig near automat demo resident evil 7 das andere resident evil habe ich auch schon erwähnt dann haben wir star wars bounty hunter star wars jedi starfighter star wars racer revenge und super star wars und dann haben wir zum schluss noch warfarm ja das sind die spiele der alte spiel das sind zwei ps2 spiele die drei sogar das das und das war und die hunter sind drei ps2 spiele und das super star wars ist sehr 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 alt ja das war es von mir von neuen cyber emblem ich hoffe es kann ein update hat euch gefallen falls ihr spiele gefunden habt für den fünf stunden live stream schreibt auf jeden fall in die kommentare und die best und die spiele die am meisten geschrieben werden sie werden dann geschrieben hier ist eine stunde lang ja bis dahin ciao und haut rein tschüss